Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf, Flingern-Nord. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 72 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1.150 Euro pro Monat. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet.